Es geht um viel am kommenden Sonntag. Es geht darum, welche Richtung unser Land in den nächsten vier Jahren einschlägt und auch welche Regierung unser Land in den nächsten vier Jahren regieren wird. Ich möchte in einem Land leben, das offen und solidarisch ist, in dem die Menschen freundlich miteinander umgehen und in dem nicht Hass und Hetze und Pöbelei die Oberhand gewinnen. Ich möchte, dass wir die Klimakrise bekämpfen, dass wir unsere Natur und unsere Umwelt schützen und dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es gerechter zugeht als heute und als in den letzten zwölf Jahren unter der Regierung von Frau Merkel. Deshalb bitte ich Sie am 24. am kommenden Sonntag Zweitstimme für die Grünen.